Mein Name ist Harry Weinfurt und dies ist die längste Convention meines Lebens. Alles was Sie sehen passiert in Echtzeit, nur viel schneller. The following takes place between 1. August 2008 and 3. August 2008. Wir haben Grund zur Annahme, dass heute hier noch eine Convention stattfinden soll. Ich will, dass Sie in den nächsten drei Tagen alles in Bewegung setzen. Vertrauen Sie niemandem, nicht einmal Ihren eigenen Leuten. Mein Gott, Teddy, weißt du, was das bedeutet? Die Berechnungen stimmen mit unserem Ergebnis überein. Verbinden Sie mich mit dem Nussminister. Berufen Sie des Ministers? Geben Sie mir sofort den Minister. Nein, das ist ein wichtiges Gespräch. Was darfst du denn so, Herr Wiesel? Ich befürchte, er ist mein böser Zwillingsbruder. Sie haben die beste Technik. Gein, für Geräte funktionieren sogar eine Tiefgeräusche? Ja, ist das nicht toll? Was sagen Sie da? Wie könnte was passieren? Sag mal, fährt der Aufzug nicht nach oben? Mr. Weinfurt, ich muss Sie warnen. Diese Leute spielen nach ihren eigenen Reden. Ich bin richtig. Mein Name ist Harry Weinfurt. Und dies ist die längste Convention meines Lebens. Zehn Jahre an Magic. Ich bin richtig cool. Wir machen das vier Aph snüsen. Vertraue.